Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du mit dieser Formel für die Anzahl möglicher Farbmuster, wenn man B-blaue und R-rote Kugeln in einer Reihe anordnet, schon gut vertraut sein. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam einen Weg finden, die Anzahl der Möglichkeiten, um aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen, zu berechnen. Springen wir gleich mitten hinein. Wie viele Möglichkeiten gibt es, um aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen? Wir könnten uns jetzt folgende Strategie überlegen. Als erstes stellen wir die 8 Personen in einer Reihe auf und dann verteilen wir 3 grüne Kugeln und 5 rote Kugeln. Dann entspricht jedes Farbmuster ja genau einer Auswahl von 3 Personen, wenn wir sagen, genau die Personen mit einer grünen Kugel kommen in die Gruppe. Hier siehst du das Ganze schön veranschaulicht und nun zum ersten Arbeitsauftrag. Berechne die Anzahl der Möglichkeiten, um aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen. Ein kleiner Tipp, erinnere dich daran, wie dir dieses Kugelverteilen hier jetzt weiterhelfen kann. Nimm dir kurz Zeit, basiere kurz das Video und dann sprechen wir darüber. Also gut, wir wissen schon, wie wir die Anzahl der möglichen Farbmuster gut und effizient berechnen können. Und da wir ja schon erkannt haben, dass jedes Farbmuster genau einer Auswahl von 3 Personen entspricht, sind wir dann damit eigentlich sogar schon wieder fertig. Also berechnen wir die Anzahl der möglichen Farbmuster. Dafür haben wir bereits eine Formel. Also 3 plus 5 in Klammerfaktorielle gebrochen durch 3! mal 5! also 8! gebrochen durch 3! mal 5! und das ist genau 56. Also es gibt 56 Möglichkeiten, eine Dreiergruppe aus diesen 8 Personen auszuwählen. Jetzt könnten wir uns noch überlegen, gibt es dafür auch eine allgemeine Formel bzw. wie würde diese aussehen? Also müssen wir die Frage beantworten, wie viele Möglichkeiten gibt es, um aus N Personen eine Gruppe von K Personen auszuwählen. Hier noch ein kleiner Arbeitsauftrag. Stelle nun eine Formel in Abhängigkeit von N und K auf. Nimm dir noch einmal kurz Zeit, schau dir kurz an, wie das mit diesem Beispiel hier oben zusammenhängt und dann sprechen wir noch über diese Formel. Also gut, versuchen wir das Beispiel hier nun zu verallgemeinern. 8 entspricht genau unserem N hier. Vorhin hatten wir 8 Personen insgesamt, nun haben wir N Personen insgesamt. Das K entspricht unserem Dreier. Was entspricht jetzt unserem Fünfer? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Naja, unser Fünfer sind ja genau die 5 Leute, die die rote Kugel bekommen. Also die 5, die wir nicht auswählen. Also genau die Differenz der 8 Leute insgesamt und der 3, die wir auswählen. Also eigentlich 8 minus 3 oder im allgemeinen Fall N minus K. Und so kommen wir auf die allgemeine Formel N Faktorielle gebrochen durch K Faktorielle mal Klammer auf N minus K Faktorielle. Also die N minus K wären hier genau die 5 roten Kugel. Diese Formel werden wir noch öfters wiedersehen und das ist etwas, was man sich auf jeden Fall gut merken sollte.